252 Meter 15,5 Volt 27,3 Volt 62 Meter 15,3 Volt Klappen einfahren 36,8 Meter 15,1 Volt 7 Meter 15 Volt Motor out So, ich war ja vor 3 Stunden schon mal hier Da lief die Kamera nicht Ich habe Höhenruder anders eingestellt Jetzt achte ich darauf, dass die Kamera auch an ist Da lief ihn So, ich erzähle mich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020